Ich habe jeden Tag für 30 Tage eine Foto-Runde gemacht. Dabei bin ich insgesamt 270.306 Schritte gegangen und habe 3.268 Fotos aufgenommen. Was ist dabei passiert? Was habe ich aus diesem Selbst-Experiment gelernt und warum macht man so eine Challenge überhaupt? Das alles schauen wir uns heute in dem Video an. Einer der Hauptgründe für das Experiment war, dass ich mich selbst als faulen Fotografen bezeichnet habe. Ich gehe zwar sehr gerne fotografieren, aber die Fotografie soll sich eher meinem eigenen Alltag anpassen und nicht meinen Alltag der Fotografie. Und es bedeutet halt, dass ich manchmal nur 2-3 Fotorunden für ein paar Stunden in der Woche mache. Und dementsprechend natürlich halt auch nicht so viele gute Aufnahmen mache. Manchmal habe ich nur so 2-3 wirklich gute Fotos aus einer Woche, wo ich sage, die sind wirklich zeigenswert. Und deshalb wollte ich halt mit diesem Selbst-Experiment mal schauen, ob ich diese Anzahl an Fotos entsprechend erhöhen kann. Weil einer meiner Lieblingssprüche aus dem Englischen ist Volume negates luck. Also inhaltlich übersetzt, wenn du was oft genug machst, bist du nicht mehr aufs Glück angewiesen. Und deshalb wollte ich halt schauen, okay, wenn ich jeden Tag sage, ich mache eine Fotorunde und habe mir dabei auch vorgenommen, jede Fotorunde mindestens 5000 Schritte lang sein zu lassen, dann sollte ich ja genug Volumen haben, um entsprechend halt auch die doppelte, die dreifache Menge an soliden, guten Fotos aufzunehmen. Und diese These ist zwar an sich einleuchtend, aber ich habe die noch nie wirklich versucht, selber zu beweisen. Ich habe einfach nur angenommen, okay, klingt logisch, würde also bestimmt richtig sein, ohne halt wirklich selbst Erfahrung damit gemacht zu haben. Dazu kommt halt auch eine generelle Grundneugier, wie sich so ein Experiment auf die eigene Fotografie auswirkt, ob man sich irgendwie schneller weiterentwickelt oder irgendwas Spezifisches lernt, was mir vielleicht im Vorhinein nicht so klar war. Und natürlich, das kann ich jetzt auch nicht verschweigen, ist es halt guter Content für jemanden, der einen YouTube-Kanal hat, wo es um die Fotografie geht. Weil ich einerseits das Video jetzt hier produzieren kann, ich das im Zweifel sogar als eine Serie umwandeln kann, wo ich das 60 Tage, 90 Tage lang, vielleicht sogar ein halbes Jahr lang mache. Und ich natürlich die Fotos und die Videoclips auch in anderen meiner Beiträge verwenden kann. Und das Ganze als Gesamtkontext hat für mich gereicht, wo ich sage, okay, ich probiere das jetzt einfach mal für einen Monat aus und mal schauen, was passiert. So eine Challenge 30 Tage lang zu machen, bringt natürlich einige positive Aspekte mit sich. Zum einen hat sich die These tatsächlich bewahrheitet, wer häufiger fotografieren geht, macht auch mehr gute Fotos. Und auch wenn das jetzt nichts ist, was ich groß überraschend fand, ist es trotzdem schön, halt diese These mal bestätigt zu sehen. Ich habe definitiv Runden gehabt, die mal besser gelaufen sind, andere, die schlechter gelaufen sind. Aber unterm Strich habe ich schon eine höhere Anzahl an soliden, zeitbaren Fotos aufgenommen. Aber, und dazu komme ich später bei den negativen Aspekten noch ausführlicher, nur weil du mehr fotografieren gehst, heißt es trotzdem nicht zwangsläufig, dass man das Glück erzwingen kann. Zumindest für mich nicht. Aber wie gesagt, dazu dann später nochmal mehr. Dazu war es halt sehr spannend, aufgrund dieser Challenge aus der Komfortzone rauszukommen. Weil ich selber eigentlich so ein bisschen Schönwetterfotograf geworden bin. Ich halt gerne mit Kontrasten arbeite, also tiefe Schatten und helle Lichter habe. Und ich halt dementsprechend halt auch gerne an sonnigen Tagen unterwegs bin, wo man halt solche Bedingungen halt auch gut findet. Wenn ich mir jetzt aber entscheide, dass ich jeden Tag eine Fotorunde mache, dann kann ich mir mein Wetter nicht wirklich aussuchen. Dann muss ich es halt so nehmen, wie es ist. Und ich hatte zwar viele sonnige Tage, aber es waren auch ein paar bewölkte Tage dabei. Und es gab halt auch einen Abschnitt, wo es einfach drei, vier Tage lang echt brutales Unwetter war, wo es seitlich geregnet hat. Und ich nach zwei Minuten, wo ich unterwegs war, eine klatschnasse Hose hatte. Also von daher hat es auf jeden Fall nicht jeden Tag Spaß gemacht, unterwegs zu sein. Und ich hatte auch genug suboptimale Bedingungen. Das Ganze war aber positiv, weil es mich halt wie gesagt aus dieser Komfortzone rausgedrückt hat. Und ich dann halt einfach lernen musste, halt mit diesen anderen Bedingungen umzugehen zu lassen. Beziehungsweise eigentlich kenne ich diese Bedingungen schon. Ich habe mich halt nur in den letzten Jahren nicht wirklich in die Lage gebracht, mal zu so einem Wetter halt fotografieren zu gehen. Einfach weil ich mir denke so, boah ne, das macht keinen Spaß, du wirst nur nass. Und habe dann halt lieber auf ein paar Sonnentage gewartet. Du findest aber logischerweise dann ganz andere Motive auf der Straße und kannst auch bei schlechtem Wetter interessante Fotos aufnehmen, die sogar teilweise eine bessere Geschichte erzählen als beim sonnigen Wetter. Weil du jetzt halt gerade bei so einem Unwetter halt gut die Leute erwischen kannst, wie sie halt auch gerade vom Regen weglaufen. Und sich jeder wahrscheinlich sehr gut in so eine Lage reinversetzen kann. Und hast wie gesagt eine tiefere Geschichte erzählt als einfach nur irgendwie einen Ort, wo schönes Licht hinfällt und du irgendeine Silhouette fotografiert hast. Zusätzlich hat das natürlich den Vorteil, dass wahrscheinlich recht viele Leute auch Schönwetterfotografen sind und sich jetzt nicht im strömten Regen mit ihrer Kamera nach draußen begeben. Das heißt, du hast einfach weniger andere Fotografen, die ähnliche Aufnahmen gemacht haben. Was es dir natürlich dann wieder ermöglicht, wenn du deine Fotos irgendwo veröffentlichst, halt mehr aus der Masse rauszustechen. Weil deine Fotos logischerweise einen anderen Look haben und zu anderen Bedingungen entstanden sind, als die meisten Leute halt fotografieren gehen. Dazu kommt halt, dass ich den ganzen Monat in Wien war und ich bin kein Wiener. Das war für mich halt eine Reise. Ich war zum ersten Mal in der Stadt und es hat mir halt die Chance gegeben, jeden Tag halt ein anderes Stadtviertel zu erkunden. Logischerweise war ich auch an den Touri-Hotspots und in der Innenstadt unterwegs. Aber ich habe auch oft genug einfach irgendwie eine Runde durch einen Wohnviertel gemacht oder halt irgendein Viertel, wo auf jeden Fall nicht die krasse Sehenswürdigkeit drin war. Ich aber einfach, weil ich mir gedacht habe, so okay, es ist mir ein bisschen zu langweilig, jeden Tag an denselben Ort zu gehen, halt einfach andere Viertel rausgesucht habe und dann halt einfach ein bisschen mehr von der Stadt gesehen habe. Und ich glaube, das ist auch ein Konzept, das hat jetzt halt sehr gut gepasst, weil ich Wien generell nicht kannte, aber auch wenn ich jetzt zurück in München bin, könnte man das genauso hier machen. Weil ich hier eigentlich auch sehr oft meine Hauptorte habe, wo ich regelmäßig zum Fotografieren hingehe, aber wenn ich so eine Challenge länger machen würde, ich wahrscheinlich auch viel mehr in die Viertel gehen würde, denen ich halt nicht so viel Potenzial zuspreche, aber einfach nur, damit es halt ein bisschen abwechslungsreicher bleibt, ich wahrscheinlich irgendwann an den Punkt kommen würde, die halt dann trotzdem mal in Angriff zu nähern. Und als letzten Vorteil, auch wenn das nicht zwingend was mit der Fotografie zu tun hat, also es ist halt sehr gut für die körperliche Fitness so viele Schritte am Tag zu gehen. Wie gesagt, ich wollte jeden Tag eigentlich mindestens 5000 Schritte machen. Mit insgesamt 270.000 Schritten habe ich das auch locker geschafft in 30 Tagen, wobei da einzelne Tage dabei war, wo es ein bisschen weniger war, vor allen Dingen da, wo es halt seitlich geregnet hat, weil in Wien halt dann auch irgendwann Überschwemmungen waren und dann war halt auch der Nahverkehr relativ eingeschränkt bis non-existent und auf den Straßen war dann auch irgendwann nicht mehr wirklich jemand unterwegs und wenn du halt nach zwei Minuten klatschnass bist, keine Motive findest, dann macht es nur bedingt Spaß. Ich war an den Tagen dann zwar auch immer eine Fotorunde drehen, also ich habe jeden Tag meine Fotorunde gemacht, aber wenn ich halt gemerkt habe, dass es gar nichts bringt, dann habe ich an den Tagen halt nach 2000 oder 3000 Schritten halt aufgehört und habe halt das an anderen Tagen dann kompensiert. Unterm Strich habe ich aber auf jeden Fall genug Bewegung gehabt, um mit den ein oder anderen Bonus-Kaiserschmarrn zu gehören. So eine Challenge hat aber natürlich nicht nur positive Aspekte und beim Negativen ist vor allen Dingen die Motivation irgendwann zu einem Thema geworden. Jetzt gerade am Anfang war ich eigentlich noch top motiviert, hatte richtig Spaß daran, habe mich darauf gefreut, meine Fotorunden zu machen und habe dann auch quasi immer schon überlegt, okay, wo gehe ich am nächsten Tag hin. Aber gerade die letzten anderthalb Wochen habe ich extrem gemerkt, wie dieser Effekt halt nachgelassen hat und es halt immer mehr eine Belastung wurde, diese Fotorunden halt mit einzubinden. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, für mich muss ich die Fotografie eigentlich eher meinem Alltag anpassen und es ist immer mehr in diese Richtung halt gegangen, dass ich meinem Alltag halt der Fotografie angepasst habe. Insbesondere, weil ich halt den YouTube-Kanal habe und in dem Monat auch zwei Videos pro Woche produzieren wollte. Meine Freundin halt auch da war, die halt Urlaub von ihrer Arbeit hatte und ich dann halt auch teilweise einfach nur irgendwelche Trips mit meiner Freundin machen wollte. Oder es manchmal auch einfach so war, wir haben dann einen Tagestrip nach Bratislava gemacht und an so einem Tag läufst du dann halt eher so 20.000 Schritte auf einmal. Und das heißt, am nächsten Tag bin ich halt einfach relativ blatt gewesen und war einfach so, okay, jetzt einfach mal die Bilder durchsortieren, ein bisschen Sachen abarbeiten, die Videos schneiden und einfach mal eigentlich einen entspannten Tag machen, wo man halt eher zu Hause bleibt und regeneriert. Aber wenn du halt das Ziel hast, jeden Tag deine Fotorunde mit 5.000 Schritten zu machen, dann kannst du dir das nicht wirklich erlauben. Dann musst du halt jeden Tag aufs Neue irgendwie rausgehen. Und das hat halt relativ schnell dazu geführt, dass die Fotorunden nicht mehr unbedingt so viel Spaß gemacht haben. Ein Nebeneffekt davon war dann auch, dass ich teilweise eher so Alibi-Runden gemacht habe, wo ich halt die Kamera zwar dabei hatte und auch meine Strecke gelaufen bin, aber mich halt so uninspiriert gefühlt habe, dass ich hätte auch einfach nur spazieren gehen können, weil auf solchen Runden halt nicht viele interessante Fotos entstanden sind. Einfach weil mir die Motivation und die Inspiration gefehlt hat, mich halt groß mit den Motiven, die ich vielleicht hätte finden können, zu beschäftigen. Und das ist auch das, was ich am Anfang meinte mit, du kannst zwar öfter rausgehen und wirst unterm Strich auch mehr gute Fotos machen, aber wirklich was Glück erzwingen konnte ich nicht, weil ich halt wie gesagt irgendwann, wenn ich mich halt zu sehr zwingen musste, zu viel Inspiration und Motivation verloren habe. Und ich dann noch weniger gute Fotos aufgenommen habe, als es halt der Fall wäre, wenn ich nicht jeden Tag unterwegs bin. Das heißt aber nicht, dass ich in den letzten Wochen keine guten Fotos mehr aufgenommen habe. Im Gegenteil, ich habe auf meiner allerletzten Runde, mein letzter Tag in Wien, sogar zwei meiner Lieblingsfotos von dem ganzen Trip aufgenommen. Und das, obwohl ich mir an dem Tag gedacht habe, okay, letzter Tag, ziehen wir jetzt noch ein letztes Mal durch, aber endlich ist die Challenge danach vorbei. Also wirklich, Lust hatte ich auch da nicht mehr. Aber wie gesagt, dafür aber halt sehr schönes Licht und dadurch sind zwei Aufnahmen entstanden. Ich, wie gesagt, echt sehr, sehr gut. Und deshalb, wenn ich es zusammenfassen würde, was habe ich aus der Challenge gelernt und mitgenommen? Naja, zum einen, wenn du mehr fotografieren gehst, wirst du auch mehr gute Fotos aufnehmen. Also die These ist auf jeden Fall richtig. Und dadurch, dass du bei so einer Challenge sehr wahrscheinlich unterschiedliche Wetterbedingungen hast, wirst du auch früher oder später aus der Komfortzone rausgeworfen und musst dich halt mit anderen Motiven beschäftigen, als du sie eigentlich gewohntermaßen aufnimmst. Insgesamt habe ich mich nach den 30 Tagen aber schon so ein bisschen ausgebrannt gefühlt und habe mich tatsächlich dann auch darauf gefreut, halt einfach ein paar Tage zu haben, wo ich mich mal nicht mit der Fotografie beschäftigen muss oder zumindest keine Fotorunde laufen muss. Und von daher ist das jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich will das jetzt unbedingt auf 60, 90 Tage, wie lang auch immer, verlängern. Weil ich halt glaube, auf Dauer wird es mir eher den Spaß an der Fotografie zerstören und halt eher zu einer Art Arbeitsbelastung werden. Und das ist ja nicht das, was ich eigentlich mit so einer Challenge erreichen will. Dass es aber trotzdem positive Effekte gab, glaube ich, ist so eine Challenge viel interessanter, weil wenn man sich halt für einen kurzen definierten Zeitraum macht, zum Beispiel eine Woche oder maximal zwei Wochen, weil ich halt auch gerade in dieser Anfangszeit die größte Motivation hatte und mich am meisten noch darauf gefreut habe, meine Fotorunde zu machen und es halt auch ein Zeitfenster ist, das klein genug ist, dass es dich nicht allzu sehr in deinem Alltag belastet. Natürlich wirst du wahrscheinlich verschiedene Tage noch umplanen müssen, um halt irgendwie eine Fotorunde einzubinden. So eine Challenge für ein paar Tage irgendwie in dein Leben einzubinden ist viel einfacher zu bewerkstelligen, als wenn du das halt einfach versuchst, langfristiger und dauerhafter zu machen. Und das ist eigentlich auch noch ein Punkt, den ich interessant fand. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt, so eine Challenge generell einzubinden in den Tag, weil ich mir gedacht habe, so, naja, ich bin ja sowieso irgendwie mal unterwegs, weil ich halt als Touri irgendwie mir die Stadt anschauen will. Und dann nehme ich einfach die Kamera mit oder wenn ich jetzt auch noch irgendwie im Büro arbeiten würde oder so, dann kann ich einfach auf meinem Arbeitsweg eine Kamera mitnehmen, dann könnte ich in der Mittagspause fotografieren gehen. Aber nachdem ich das jetzt gemacht habe, ist mir aufgefallen, wie stark das halt mental auslaugend ist, weil du halt dann, wenn du mit der Kamera fotografieren bist, halt die ganze Zeit so eingeschaltet bist und Sachen bewusst wahrnimmst, um halt Motive zu entdecken, um halt Sachen fotografieren zu können. Und du halt, wenn du einfach nur so spazieren gehst, eine Pause machst, sonst irgendwas halt eher deinen Kopf ausschalten kannst und dich halt so ein bisschen von deinen restlichen Aufgaben zu erholen. Und von daher hat sich die Fotorunde viel mehr als zusätzlichen Arbeitsslot in meinem Tag angefühlt, als ich das erwartet hätte, weil ich halt gedacht hätte, okay, das kann man einfach passiv irgendwie einkliedern und so eine tägliche Fotorunde erledigt sich eigentlich fast von alleine. Deshalb glaube ich unterm Strich auch nicht, dass das eine Challenge ist, die jeder Fotograf mal gemacht haben muss oder die auch du unbedingt in deiner Fotografie brauchst. Weil ich glaube, es ist viel wichtiger, dass du deinen regelmäßigen Rhythmus hast und aber halt irgendwas findest, wie es für dich funktioniert, dass du zwar regelmäßig fotografieren gehst, aber dich halt nicht gezwungen fühlst, fotografieren zu gehen, weil ich das halt eher als Belastung für die Inspiration und für die Qualität meiner Fotos empfunden habe, als es tatsächlich irgendwas Positives gebracht hätte. Unterm Strich bin ich zwar nicht böse, diese Challenge gemacht zu haben, aber es hat sich auch bei weitem nicht so positiv auf die Fotografie ausgewirkt, wie ich das vermutet hätte, bevor ich halt die Erfahrung gemacht habe. Und wie gesagt, ich war dann auch sehr glücklich, dass das Ganze vorbei war und werde das jetzt nicht irgendwie für 60 oder 90 Tage oder einen längeren Zeitraum halt verlängern. Und damit hoffe ich, war das einigermaßen interessant für dich. Dir hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.